So, es geht weiter. Halloween ist zwar vorbei, aber nicht unser wunderschönes Outlast. Let's Play und wir sind hier noch immer in den Tiefen dieser Ehrenanstalt, um selbst irre zu werden, wie ich den Eindruck habe. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, ich bin nicht mehr so schreckresistent vielleicht. Und ich habe ein bisschen was an... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe ein bisschen die Steuerung vergessen, aber das hat sich erledigt. Warte mal, ist die Tweets zu? Ah, okay, den kann ich mir ausmachen. Äh, gut so. Traurigerweise weiß ich, wo es wahrscheinlich entlang geht und das gefällt mir nicht. Und, äh, holy fuck, das mache ich nicht gerne. Ich habe das Gefühl, es kommt von hier. Äh, ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Äh, 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 äh. Ich muss sagen, ich habe so hart keinen Bock, gerade erschreckt zu werden. Das ist nicht normal. Wie hart ich darauf keinen Bock habe. Was haben wir denn hier? Aha. Egal, was das hier ist. Ich will... nicht eintreten. Okay. Oh, ich habe mich von der Hand erschreckt. Gut, dass ich noch Batterien habe. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Was ist das? Oh. Da hängt eine Leiche. Okay, da sehen wir auch ein bisschen mehr lichttechnisch, wenn wir rein zoomen. Aha. Die Frage ist, ob man das Ganze sehen will. Schalte die... Ah. Schalte die beiden Gaspumpen ein und bestätige den Hauptschalter. Bestätige. Jawohl. Bestätige den Hauptschalter, um den Generator mal zu starten. Ich will das nicht tun. Ah. Ah. Na. Es geht, Brudi. Okay, pass auf. Ich muss mal runterkommen, okay? Das habe ich schon letztes Mal mal gesagt. Ich muss einmal mal runterkommen. Batterien aufladen. Gut, dass ich noch zwei habe. Holy fuck, gut, dass ich noch zwei habe. Runterkommen, ja? Okay, die kann ich anscheinend nicht öffnen. Das finde ich sehr gut so. Das finde ich sehr gut so. Äh. Äh. Warum liegen hier Leichen? Was zum Fick. Also, warum hängen hier Leichen eher? Ähm. Gut, die kann ich auch nicht aufmachen. Riecht die? Ja, ich kann sie aufmachen. Fuck. Und bitte sag... Oh, nein, die kann ich auch aufmachen. Sagt bloß, ich muss da rein für die Pumpen. Habt ihr das gehört? Das hat sich so angehört, als wäre gerade irgendwas ins Wasser gefallen. Und hier liegt überall Wasser rum. Er liegt Wasser rum. Wie er vorliegt. Okay, fuck. Äh. Äh. Welchen nehmen wir? Die rechte oder die linke? Okay, wir haben hier eine Münze. Kopf für links, Zahl für rechts. Okay, machen wir das einfach nochmal. Ja. Ich kann echt nicht fangen. Und werfen auch nicht. Ich mach's mit einmal umdrehen, ja? Schau dich das an. Jawohl. Ich mach's mit einmal umdrehen. Okay, ich lass den mal fallen. Also, ich mach einfach... So. Und es ist Zahl. Und Zahl war jetzt nochmal was? Ich glaub rechts. Ich glaube, Zahl war rechts. Pumproom. Das macht tatsächlich sehr Sinn. Ich mach's wie immer, ja? Ah. Okay. Gott, die Sounds sind auch krank. Irgendwas in den Spins vielleicht. Zu verstecken? Okay, okay. Dann werde ich jetzt diesen Bebel bitte direkt verstecken. Los. Versteck dich. Dann mach ich aus. Dann seh ich nix. Das ist gut. Ich will nix sehen. Ja, es kommt. Wieder der Fettsack. Bitte sache, er rafft das nicht. Was ich mir jetzt wirklich Sorgen mache, ist, dass ich... Da ist er. Geh weg. Dein Geist. Dieser riesige Dreckskäfer folgt mich. Ich habe eine Patientenakte über einen Chris Walker, einen x-Militärpolizisten, der damals in Afghanistan war. Ein Großteil des Blutes an diesem Ort ist durch ihn geflossen. Aber nicht alles. Vielleicht rede ich diese Folge nicht allzu viel. Aber... Ich glaube, ich wurde auch... Irgendwie... Irgendwie bin ich heute ein bisschen schnappazierter davon. Hier ist niemand. Oh, da liegt ne Batterie. Halleluja. Das ist tatsächlich sehr berührend für mich, wenn ich ne Batterie finde. Denn ohne wäre hier richtig hard rip. Okay, der hat den... Der hat den nicht umgelegt. Das ist auch weird. Okay. Dann gehen wir weiter. Was war das? Hat sich das bewegt? Nein. Ich hoffe nicht. Oh Mann. Ah. 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 Licht. Licht. Gib mir Licht. Ich seh nix. Ah. Ah. Ich seh nix. Oh. Versteck dich. Was war das? Bitte macht, dass es aufhört. Bitte. Doch. Dieses Atmen meines Charakters, wenn ich hier spiele. Es spiegelt mich gerade sehr gut wieder. Also, der muss ja irgendwo anscheinend hier rumlaufen. Also, ich mach mal wieder auf. Hier ist niemand. Oh Mann, ich will da nicht raus. Aber ich will auch nicht hierbleiben. Okay. Ich seh halt nichts. Bist du fertig? Verdammt, die gehen viel zu schnell, der. Richtige Billow-Batterien, Mann. Ach, deshalb hab ich nichts gesehen. Ah. Das, äh. Beruhigt mich. Ein Stück weit irgendwie. Ah. Hallo? Da ist er. Hallo. Läuft da hinten? Er läuft zu mir. Okay, ich geh wieder. Tschüss. Okay, also ich weiß, der Dude chillt da, ja? Und wir müssen an Stein ein bisschen sterfen um den rum. Was ich mir unglaublich schrecklich vorstelle in einem Horror-Game. Also, vorhin stand er recht. Ah. Vorhin stand er rechts. Problem, da müssen wir hin. Zu meiner Pumpen-Au. Frage ist... Wo ist er jetzt? Ah! Ah! Versteck dich! Oh Gott. Oh Gott. Habt ihr das gesehen? Oh Gott, der war direkt vor uns. Oh Gott, du miese-mäsig. Verdammte Scheiße. Da ist er. Verschwinde doch. Oh Gott, der bin ich gerade erschrocken. Ah! Da ist er. Ja, wie kommt man an dem vorbei? Warte mal, stand er eigentlich schon die ganze Zeit da? Nein. Nein, 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 nein. Safe nicht. Erster, dem ich hier Hebel umgelegt habe, bestimmt, ja. Okay, wo ist er hin? Er ist nicht hier rechts. Ah! Da ist er. Da ist er, da ist er. Ich würde ihn gerne erschlagen. Ah! So, verstecken. Verstecken, verstecken, verstecken! Besteht die Folge eigentlich nur daraus, dass ich rausspringe, mich erschrecke, weil ich ihn sehe und wieder in diesen Scheißschrank springe? Besteht diese Folge daraus? Nur daraus? Was passiert, wenn meine Batterie leer ist? Was passiert dann, verdammt? Okay, dann erzähle ich euch einfach was anderes. Ich habe heute eine Lateinklausel geschrieben. Die ging voll klar. Yeah! Smarttalk. Du musst die Stimmung lockern. Wo bist du? So, ist mir scheißegal, wo du bist. Ist mir scheißegal. Okay, fuck. Warte, da ist noch dieser Schlitz. Ah! Jump, 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 meine Profunkünste. Okay, los, los. Lauf durch, lauf durch! Lauf durch! Piss dich, piss dich. Ah! Da war er. Ah! Ah! Als ob er genau in diesem Scheißraum war. Also, wir wissen jetzt, er patrouilliert zwischen den zwei Räumen. Das heißt, er wird wieder zum anderen Raum gehen. Und dann kann ich in den einen Raum mich wieder im Spinn verstecken. Und dann wieder herlaufen. Jetzt müsst ihr um die Ecke mal ein Jumpscale sein. Richtig. Also, zu. Einten ist er. Okay. Die Frage ist, ob er sich dort auch wegbewegt. Ah! Verpiss dich. Ich hab mich nicht gesehen, ja? Okay. Ich denke mal, er wird doch vielleicht... Ah! 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 Dieser Hund erschreckt mich jedes Mal. Ich mein' grad noch, er wird da bestimmt bleiben. Ich sterbe heute noch an einem Schlaganfall oder so. Oder einem Herzinfark. Hallo! Okay. Okay. Steht nicht vor der Tür. Ich denke mal, er wird nach links gelaufen sein. Oder sehr? Da ist er. Oder so. Und die Tür war vorher nicht offen, glaub ich. So. Ah fuck. Lauf, lauf, lauf. Was lernen wir aus diesem Spiel? Ich spiel niemals dieses Spiel. So. Da ist niemand. Ja? Da sind wir uns vollkommen einig. Also, da kann ich anscheinend entlang. Hey. Mutter. Ha! Da ist er. Nein, fuck. Hat mich gesehen. Hat mich gesehen. Hat mich gesehen. Wo ist der? Wo bin ich? Wozu fickt bin ich? Nee, mach zu. Mach zu. Mach zu. Wo bin ich? Oh Gott, meine Batterie ist fast hier. Der hängt eine Leiche. Hier auch. Alles ganz normal. Eine Batterie. Holy fuck. Das ist Schicksal. Ja, hinter mir hängt eine Leiche. Ganz normal. Ich will diese Tür nicht öffnen. Ich bin schon bei einer halben Stunde Rohdatei. Okay, hier macht es, glaube ich, mal wirklich Sinn, die langsam aufzumachen. Mal mal umzugucken. Oh, ich will nicht. Hallo? Oh nein, ich will nicht schauen. Wo ist er wohl über... Wahrscheinlich links. Fuck. So was bringt mich zum Durchdrehen. Aber es geht ja eigentlich um die Pumpe. Ich gehe mal hier rein. Okay, Batterien, Batterien, Batterien. Das wird man sich dabei gedacht haben, wahrscheinlich. Bei diesen Räumen. Gibt mir einfach nur Batterien. Und ich bin glücklich. Okay. Fühlt sich schon viel besser an. Und hier sind Spins. Das ist tatsächlich auch sehr sympathisch. Fuck. Ich höre, ich höre Steps in der Nähe. Ah. Ich reagiere heute echt gut, habe ich das Gefühl. Ich reagiere heute wirklich gut. Ich reagiere richtig, richtig gut heute. Er ist da irgendwo, glaube ich. Da liegt eben noch ein Leiche. Äh, hängt eine Leiche. Okay, ich glaube an... Ah, was? Wo? 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 Wo zum Ficken? Hallo? Ah! Ich meine jetzt irgendwas anderes in der Zeit. Scheißegal. Ich meine jetzt irgendwas anderes. Ich warte, bis der weg geht. Komm. Wir schauen uns was anderes an. Was geht ab bei der? Was war das? Na? Oh, shit. Ah, das wäre ich als Katze. Awww, du Dummkatz. Ah, ist die Katze fett. Lass bei denen. Okay, Leute. Im Namen der Katzen und Hunde-Videos, die wir gerade geschaut haben, ihre Kraft habe ich genommen und werde sie nutzen. Okay? Ich habe Kraft gesammelt. Fuck your eight steps. Da ist auch alles klar. Leck mich, leck mich, leck mich. AHH! Verpiss nicht! Nein! 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 Lebe ich noch? Oh, ich lebe ja noch. Oh, wir wissen nur. Ich verstecke mich aber nochmal im Spintal. Oh, Goddammit. Geht's mal raus, Kleiner? Ich bin da, mit dir. Okay. Weißt du was, ich muss mich jetzt einmal verpissen. Diesen Scheiß, diesen Scheiß-Schalter umlegen. Und, äh, dann hier rausfällen. Fuck das, Shatter-Maut! Ich bin da, mit dir ja noch mal. Fuck das, dass du mal vor, ich weiß. Ich bin da.